Die Firma Morikl hat ihren Firmensitzern unmittelbar näher von unserem Hotel. Deswegen haben wir die Firma natürlich gekannt. Zudem waren wir mit Gunnar, mit dem Chef, schon seit längerem befreundet. Und es ist vielleicht zu sagen, dass wir bisher mit der Firma Morikl nicht zusammengearbeitet haben. Es war unser erstes Projekt mit der Firma und wir haben gesagt, wenn wir wieder irgendwelche Investitionen im Hotel machen, wollen wir die Firma Morikl sicher einladen, die Arbeiten auszuführen. Ja, die Firma Morikl hat die ganze Heizung und Sanitär bei uns installiert, hat zudem die Elektroarbeiten gemacht. Ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination, weil die Zusammenarbeit zwischen Hydrauliker und Elektriker andauernd in so einem Bau funktionieren sollte. Und durch das, dass das eine Firma ist, glaube ich, dass das sehr gut so ist und auch sehr gut funktioniert hat. Zudem hat die Firma Morikl die ganze Beleuchtung bei uns montiert und die Außenbeleuchtung und der Repräume auch immer gut zugemacht. Wir waren sehr zufrieden mit der Firma Morikl und der Angebotsstellung über die Abwicklung und der Arbeiten. Die wurden ja in kurzer Zeit abgewickelt, also der Rumpbau war sehr kurz und das Volumen war sehr groß und über Abrechnung hat alles bestens funktioniert und wir können die Firma Morikl empfehlen. Ja, auf jeden Fall, dass ich weiterempfehlen und werde es auch weiterempfehlen, weil ich an der Firma Morikl ein sehr kompetentes und professionelles Team und Firma kennengelernt habe, sehr innovative, junge Mitarbeiter und ich möchte mich auf dem Weg vielleicht bedanken bei allen und vor allem bei Gunnar, der, wie der Thomas gesagt hat, auch unser Freund ist und danke für die Abwicklung dieses Projektes. Ja, vielen Dank.